Du möchtest wissen, wie man ein Texture-Pack für die Minecraft-Java-Version installiert? Dann bleib dran, denn ich zeig's dir heute in diesem Tutorial. So, ein Texture-Pack für die Minecraft-Java-Version zu installieren ist ganz, ganz easy, ja. Du suchst dir einfach im Internet durchs Googlen halt ein Minecraft-Texture-Pack aus, das du haben möchtest. Gibt verschiedene Seiten dafür. Wir sind jetzt hier auf minecrafttexturepacks.com, ja. Hier sehen wir schon ganz viele verschiedene Chroma Hills, hier Cobas Fantasy-Pack, Sugar-Pack, John Smith's Legacy, ja. Und hier sehen wir auch verschiedene Auflösungen, ja. Auflösung heißt nichts anderer als von klein nach groß. Je größer die Auflösung wird, umso schärfer werden die Texturen, ja. Aber gleichzeitig muss dein PC dann auch leistungsstärker sein, logischerweise, weil es mehr zu berechnen gibt, ja. Das muss man so im Hinterkopf behalten, ne. Wir sehen hier schon, da wurde was runtergeladen, das brauchen wir nicht, ja. Wir sagen jetzt einfach mal hier auf dieser Seite, wir wollen das John Smith Legacy-Pack runterladen, ja. Wir sehen hier schon Version 1.16. Das ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen. Es gibt Texture-Packs, die sind noch nicht auf die 1.16 geupdatet worden, ja. Die kannst du auch benutzen. Da kann es aber zu Fehlern kommen, indem du dann halt Blöcke hast, die nicht richtig angezeigt werden, sondern sie haben noch die Vanilletexturen, ja. Vielleicht gerade jetzt bei der 1.16 wichtig zu wissen, weil ja jede Menge neue Blöcke aus dem Neta mit dazugekommen sind, wie das Wirrholz und so weiter, ne. Die werden dann sehr wahrscheinlich einfach ihre Vanilletexturen haben, weil das Texture-Pack halt keine neuen Texturen für sie hat, ja. Wir gehen jetzt einfach mal hier hin und drücken auf John Smith Legacy. Sehen schon, wie das Ganze hier aussehen sollte dann in der Vorschau, ja. Gehen hier unten auf Download. Dann werden wir weitergeleitet auf die Seite vom John Smith Legacy-Pack und sehen dann hier schon, wenn man runterscrollt, darum mag ich das eigentlich ganz gerne, dass es das auch für ganz viele alte Versionen gibt, ja. Also 1.15.2, 1.14.4, 13, 12, 11, 9, 8, also eigentlich für alle gängigen Versionen bis runter zu 1.5, ja. Also, wenn du jetzt sagst, ich spiele noch die 1.15.2, dann kannst du hier die 1.15.2 runterladen, ja. Ganz easy. Wir haben aber hier oben die 1.16.1 jetzt schon, ja. Das heißt, wir drücken hier drauf, dann in dem Fall. So, und dann sehen wir unten links, John Smith Legacy wurde runtergeladen, eine ZIP-Datei, ja. Das heißt, wir gehen jetzt hier in den Downloads-Ordner bei mir und da sehen wir John Smith Legacy 1.16.1 Version 3 ZIP. Das wird bei dir dann dorthin runtergeladen in den Ordner, den du bei dir auf dem PC angegeben hast, wo die ganzen Downloads hin sollen, ja. Also, bei mir ist das hier logischerweise Downloads. Diese Datei, die müssen wir jetzt in den Resource-Pack-Ordner von Minecraft kopieren. Die einfachste Version, um das zu machen, ist, nochmal ins Spiel reinzugehen. Das machen wir mal gerade hier unten, ja. Dann sehen wir, wir sind hier schon im Spiel. Zurück, gehen einfach in die Optionen hier. Hier sehen wir Ressourcen-Pakete. Hier ist es jetzt schon drin, warum auch immer, keine Ahnung. Machen Paket-Ordner öffnen hier oben, ja. Paket-Ordner öffnen und dann öffnet er direkt den Pfad, wo die ganzen Texture-Packs oder Resource-Packs, wie sie heißen, hinkommen sollen, ja. Wir sehen das hier bei mir, AppDataRoamingMinecraftResourcePacks. Dieser Ordner ist leer, da ist nichts drin, ja. Das heißt, wir gehen jetzt einfach hin und holen hier aus dem Download-Ordner die ZIP-Datei, links gedrückt halten, ziehen die hier rein und jetzt ist sie hier drin, ja. Das heißt, die müsste jetzt hier auftauchen. Wir gehen nochmal gerade fertig, fertig, speichern und zurück zum Hauptmenü. Gehen raus, du musst das Ganze dann neu laden, ja. Also einfach so rausgehen, nochmal Einzelspieler, neue Welt hier und sehen jetzt hier, müsste jetzt eigentlich nur das John-Legacy drin sein. Ist es hier, ja. Chroma-Helz ist auch noch drin, warum auch immer. Soll uns jetzt nicht interessieren, ja. Wir nehmen jetzt das John-Smith-Legacy, sehen schon den Pfeil hier, klicken da drauf, er schiebt es rüber, auf rechts ausgewählt. Fertig. Und jetzt lädt er das Texture-Pack. Und wenn wir jetzt alles richtig gemacht haben, jawohl, haben wir, sehen wir schon, das Menü sieht anders aus, ne. Das Gras sieht anders aus, das Holz sieht anders aus, der Farmer sieht anders aus, die ganzen, äh, hier, Gemüse, Karotten, Weizen sieht alles anders aus. Die Tiere sehen anders aus, viel putziger, ne. Und der Boden, Cobblestone und so weiter, sieht auch anders aus. Wie sieht das Bett aus? Auch schick, ja. Also, alles sieht anders aus durch das Texture-Pack, ja. In Kombination zum Beispiel mit einem Shader hier, sieht das dann richtig, richtig Bombe aus, finde ich. Wie man Shader installiert, haben wir auch schon im Video dazu gemacht. Ich verlinke es dir in den Kommentaren oben angepinnt, da kannst du auch gucken, wenn du dazu noch einen Shader haben möchtest. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du einen Daumen hoch da lässt, wenn es dir gefallen hat, abonnierst, Glocke aktivierst, sodass du nichts mehr verpasst. Und ich sag, ciao mit V, bis zum nächsten Tutorial, euer Ede.